Jeder muss das alle vier Wochen in die Waschmaschine kippen. Die Vorteile am Ende werden nicht umhauen. Nimm dafür sechs Esslöffel dieses Granulats. Worum es sich dabei handelt, zeige ich dir gleich. Gehe damit jetzt zu deiner Waschmaschine und kippe dieses direkt in die Trommel. Wäsche solltest du nicht dazugeben. Schließe jetzt die Tür und starte die Maschine bei 40, besser noch bei 30 Grad. Auf gar keinen Fall sollten es über 40 Grad sein. Wenn die Maschine 15 Minuten gelaufen hat, schalte sie auf Pause und warte eine halbe Stunde, bis du sie wieder einschaltest. In dieser Zeit kann das Granulat deine Maschine entkalken, was die Lebensdauer erhöht und die Waschleistung auf einem guten Niveau hält. Bei dem Granulat handelt es sich um Zitronensäure. Findest du auch bei mir im Shop Link in der Bio. Und wirklich?